Also noch nicht. Also die Verlobte seines Bruders. Ja, Olli Kottke. Hallo, ich bin der Dienstgruppenleiter von Oskar. Kommen Sie ruhig durch. Sie wissen davon? Ja, er hat uns verliebt. Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das. Denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deine über. Aber du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bilde es mir nur ein. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torwalt. Nein, glücklich. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Schatten. Wer bist du, du bist? Just, die Kinder wir uns besuchen. Und jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020